So nennt mal ein Konvoi auseinander, ich sag's euch. Ach, zerstören soll ich den? Ach, zerstören soll ich mal. Nein! Gehen wir! Infos? Ach, da! Oh, hä! Cheat. Ne, Cheat und sein Wissen über Waffen. Na, dann auf zu Cheat. Es ist ganz gut mal wieder zu Cheat zu kommen, weil da ist ja die Festung komplett aufgerüstet. Und dann kriegt man auch mal wieder volle Munition und so und ne Tankfüllung. Ich würde sagen, das machen wir jetzt dann noch schnell und dann ist auch wieder gut für heute. Wee. Wee. Schwer. Schwer. Ich höre, dass es möglich ist, die Tür zu schrauben. Das klingt wie Gutgasse, John. Das ist passend. Mit einem... Schmacken... Schmacken. Was Sie wissen? Ha! Oh, Sie haben Balls die Größe von Bojum. Und Sie haben uns etwas gut gemacht. Granted. Also hören Sie mich. Du musst deinen Harpoon wiederholfen, um durch die erste Gate zu gehen. Aber dein größter Schmerz ist die Ängen. Das ist weshalb es alles für ein bisschen Black Magik. Explosives. Der Talon hat dir eine Explosive-Jag-Tippe gebaut. Richtig! Let's do it. Ja, die schwarze Magie. Der Donnerstecher! Könnte man auch gleich nehmen. Die mächtig Dampfspule. Dadurch geht das Nachladen unseres gesegneten Donnerstechers schneller von statt. Wunderbar. Ach! Okay. Kosten 900. Donnerstecher des Schreckens. Jawohl. Gib's nun das nächste Mal. Äh... Abblastacheln. Da muss ich jetzt eine Ödland-Mission machen, um den zu verbessern. Ach, das hat mich so krass verlangsamt. Okay. Hauptmissionen. Alles klar. Gut. Kümmern wir uns dann das nächste Mal drum, aber jetzt haben wir ja schon mal einiges. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Du? Vielleicht Chief. In Gastown wants collected. Shall we go get him? Shall we go get him? Wir getten ihn auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, das nächste Mal. Ah, okay. Das... Das nehmen wir jetzt noch schnell mit. Okay. Dem möchte ich noch ein bisschen widersprechen, weil ich bei Gudgarsch noch ein wenig aufräumen möchte. Aber das geschieht, wie gesagt, das nächste Mal. Danke fürs Zugucken bis hierhin und wir sehen uns bald wieder. Danke.